Nee, echt, komm, vergesse ich mal die Tür abzuschließen, kommt sofort ein Huhn hoch, als ob's das... Warte, ich muss ihn aber zurückbringen. Ah, boah, ich hab diese so viel Scheiße. Wahrscheinlich möchte ich ihn begrüßen. Mushrooms weg. Die Wolle, die kann man auch noch irgendwo hin. Ja, genau. Gott. Könnt ihr mal einen Kamin mit einem Lava-Bucket beheizen, theoretisch. Ja, unbedingt. Ja, wieso nicht? Keine Ahnung. Und warum ist Wolle beim Mob Drop drin? Ah ja, scharf. Äh, holli. Weil's Mob Drops sind. Ja, mit der Diamantspitzhacke. Überhaupt keine Verschwendung oder so, Andy. Ja, pff. 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 Kein Schwert. Also, legen wir uns pennen. Ja. Ich penne schon. Ich auch. Ich schau mal, wie's mein Platten-Speicher so ausschraut. Ja, noch genug. Ach so. Nicht, dass er voll läuft. Na, 200 Gig noch. Wie lange passt das rein? 200 Gig. Keine Ahnung. Drei Stunden Aufnahme noch. Na gut, das ist ja... Zu viel. Ne, drei Stunden hab ich auch keine Lust mehr. Also, gerade macht's mir Spaß. Ja, gerade macht's Spaß, aber drei Stunden mach ich nicht. Nicht, dass du auf blöde Gedanken kommst. Ne, drei Stunden jetzt im Stück. Zog ich lieber noch Black Ops 2. Machst du eigentlich, ähm... Das ist so, äh, online, oder? Ja, klar. So die Multiplayer oder nur Zombie? Wie meinst du jetzt? Zogst du jetzt... Würdest du dann jetzt Zombie oder... Online, also Multi... Keine Ahnung, worauf ich grad Bock hab. Achtung. Ich will jetzt wissen, worauf du grad Bock hast. Klar hab ich Bock auf Minecraft. Oder ist ein Creeper, Jungs. Schönen mal. Warte. Warte. Ich bin im Grunde. Der kommt hinterher. Warte, ne, ich... Achtung. Hab ihn. Gott. Ich snack mir mal ein Chicken. Was mit Pilze, ob es eigentlich echt... Gut, einfach ein Stack Pilze, ein Stack Schüsseln und ein Stack, äh, andere Pilze dabei haben. Und dann genügend essen. Aber so viele Pilze haben wir ja nicht. Dann müssten wir mal eine Pilzfarmer. Ne, wir haben nur... Ja gut, wir brauchen Bonemail und Pilz. Dann haben wir das eigentlich nicht. Stimmt, stimmt. Riesenpilze und so. Haben wir hier, unseren. Aber... Fusky Fungi. Ach so. Wie lange haben wir über den Namen nachgedacht? Wir haben gegoogelt. Echt? Ja. War die letzte Aufnahme. Ach, das war... Ich kann mich auch noch irgendwas erinnern mit... Da haben wir sie dann in die Luft gejagt, die Map, oder... Ja, ja. Ah, ja, dann bist du auch alles besser los. War das für die Map? Ich glaub, das war die Staffel 1. Die Staffel 1, ja, ja. Warum haben wir eigentlich Staffel 1 aufgehört gehabt? Wegen 1.8. Wollten wir eine neue Map machen. In meiner Staffel 1 hatten wir auch viel. Wir hatten ein Baumhaus. Wir hatten unser Anfangsgebiet, den wir übergefällt haben. Erst Anfangsgebiet? Ja, wo wir dann weggezogen sind. Das ist so, weil ich so oft verreckt bin, ja? Ja, nicht nur du. Ich hab mir letztes Mal angeschaut, unsere Stimmen. Hallo, Willkommen bei einem neuen Minecraft Let's Play. Ich bin der Olli und das ist der Andi. Der Maxl ist jetzt gerade nicht da, aber der kommt dann in der nächsten Aufnahme. Der war in der allerersten Aufnahme nicht dabei, der Maxl. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Leute, ich bin gerade ein bisschen ratlos, was ich machen soll. Mit Erde ausfüllen und dann könnten wir uns... Ich hab gerade eine geile Idee. Wie groß ist denn das größte Bild, das es in Minecraft gibt? Wisst ihr das, wie viele Blöcke? Ich glaub, 3x3. Hattu. 3x3? Ja, 3x3. Ich google das jetzt. Zu meinen Zeiten macht noch 3x3. Maxl ist, glaub ich, Avg. Na, ich schaue noch gerade, was du macht. Minecraft-Bilder. Stop watching porn. Zu spät. Du läd. Ähm, Minecraft. Die Mauer ist mir noch nicht episch genug, Jungs. Mann. Minecraft-Paintings. Aber eigentlich ist das Meer hier drumherum schon richtig geil. Hm. Eigentlich ist es schade, wenn wir das Meer wegmachen. Ja, wir können es ja in der Map kopieren, wo Meer außenrum ist. Müssen wir nur schauen. Ah, stimmt. So. Das größte Bild ist... 1, 2, 2, 4x4 und das ist 3x4 und 4x4 sind die größten. Also das größte ist 4x4-Bilder. Also 4x4-Blöcke groß. Okay. Schade, hatte ich doch keine Recht. Also hatte ich doch nicht recht. Dann habe ich jetzt nämlich eine kleine Idee. Ey, helb mir mit, die Mauer auszufüllen. Was machst du? Du Pflaume! Nein! Okay. Andi, ganz ehrlich. Ich schlag dich übermorgen so. In die Fresse. Also ich persönlich finde es hier recht amüsant. Sorry. Okay, nochmal ganz kurz auf. Stopp, bis gleich. Okay. Oh, ich merke es mir jetzt. Ich merke es mir jetzt. Alter. Ich sag jetzt erst. Jetzt schon. Alter, ein Jahr let's playen. Ohne ein einziges. Und jetzt in der ersten Aufnahme. Komm, ist Andi wieder da? Ja, man merkt, Andi ist wieder da. Ich trinke mal kurz was. Das brauchst du jetzt, oder? Ich habe auch noch einen guten Energy Drink, den ich mir heute extra kauft. Also ich habe hier Bier neben mir stehen. Ja. Ich bestelle mir später. Oh Gott, das erinnert mich daran, als ich probiert habe, diesen, ähm, den Korken aufzumachen. Wüsst du noch, als der, oh Mist, jetzt wollte ich schon fast den Namen sagen, als der Lehrer dann vorbeigekommen ist? Ach so. Wo, in welchem Fach? Mit der Spezi-Flasche. Maxl ist so unfähig, an einem Zauntor eine Spezi-Flasche aufzumachen. Ja, es hat ja funktioniert. Er kratzt immer nur den Lack ab. Genau, er kratzt die ganze Zeit den Lack vom Zauntor ab. Ja, Andi und ich hauen so drauf. Maxl. Ja, bei euch ist es auch nicht. Bei euch auch nicht. Sicher ging es bei mir. Ja, super. Dabei ist die Hälfte von dem Inhalt rausgeschwappt. Toll. Aber es sah cool aus. Ach, labern nicht. Ja. Ich habe aber wenigstens alles zu trinken gehabt. Habe zwar einen Anschluss gekriegt, aber Mai. Mai, also der geht da ja nicht. Da waren ungefähr schon 500 Risse drin. Und der wird so, ja, so. Ich meine ja. Aber gut, der hätte uns auch gleich, hätte uns auch gleich richtig anfissen können. Ja, das hätte mich aber nicht unbedingt gestört. Das Einzige, was mich ärgert hat, da hätte mich zum Nachsitzen geholt, aber... Ja, gut. Weil ich meine, ein Verweis wegen sowas ist ja hier... Ja, gut. Ich meine, der Typ, der kann... Du hast den Zaun kaputt gemacht. Verweis. Oder... Oh, du darfst den Zaun jetzt zahlen. Genau. Aber ich meine, er kannte uns ja schon, deswegen hat er wahrscheinlich... Genau, geht's so gut. Ach, bei denen. Bei denen blöd miteinander. Bei den Vollidioten, die machen sowieso nur Scheiße. Ja, schon interessant, wie die Leereit... Blablabla. Können wir vielleicht die Mauer hier noch ein bisschen so um drei hier reinversetzen? Oh Gott, Oli, nein. Ja, echt, man. Dieses Död, Död, Död war perfekt. Wieso, Oli, wieso? Nee, nee. Nur hier das hier. Nur hier den Bereich. Ach so. Das war Andis Wecker wegen irgendeinem Rabatt. Auf Amazon. Auf Amazon. Auf Amazon? Genau. Max, kannst du das hier machen, kurz? Wenn ich ne Schauflechte, ja. Jetzt muss ich kurz schauen. Ich mach's weg und du füllst es aus. Gleich ist dieses Rocket-Ding reduziert. Und Ola, ich verstehe nicht. So, in einer Minute 28 bin ich eventuell kurz weg. So, und jetzt musst du noch mal zu mir reden, Oli. Also, Oli, warte, so, oder? Ja, genau so. Einfach das hier im Stückchen rein. Aber wieso? Weil ich hab da was vor. Oh Gott. Schlimm, ich weiß. Okay, und was soll ich jetzt machen, Oli? Ähm, du sollst schauen, dass das jetzt hier auf der Seite dann auch symmetrisch passt. Oh Gott, Oli, da müssen wir jetzt... Symmetrisch, was stellst du... Oder was stellst du dir symmetrisch vor? Wow! So, und dann die hier außen, die müsste man dann hier einfach anfangen lassen. Ist doch weitgehend symmetrisch, oder? Obwohl, hier... Das können wir eigentlich so drinnen lassen. Da musst du hier einfach nur noch... Hier musst du außen... Maxl, wo bist du? Ja, ich bin hier. Andi, irgendwer? Ich seh dich. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin auch mal interessiert. Ja, oder Andi, du machst das, wenn du noch Clean Stone hast. Hm, 10. Nein, ich hab noch genügend. Die zwei einfach hier noch eins nach oben ziehen. Also hier daneben. Also praktisch, schau her. Ach so, okay. Fail. Warte, also einfach hier, schau her, hier nach oben ziehen mit Clean Stone. Aber mit Clean Stone? Ja, mit Clean Stone. Ich hab's dir nur kurz markiert mit Cobblestone. Und dann meinen Cobblestone da oben am besten abbauen. Okay, gut. Aber wir müssen den Dreck hier oben durch was anderes ersetzen. und was nehmen wir dann da? Nee, da kommt ja noch oben was drauf dann. Das eben, hab ich mir gedacht, abwechselnd Birkenholz und Glowstone, damit wir so Art Skylights haben. Aber sagen wir, von außen, finde ich, gefällt mir die Mauer noch nicht so. Ich weiß. Da müssen wir noch etwas Ebrisches machen. Also das ist nicht, also ist schon breit genug und so. Aber die müsste noch irgendwie Verzierungen haben. Weiß auch nicht was. Mir fehlt da auch noch ein bisschen was. Aber was? Ja, das ist ja... Wir können dann die Mauer auch so ein bisschen hier... Okay, ähm... Jungs, noch zwei nach links. Erstmal muss ich jetzt mein Ding ersteigern. Hört mal kurz zu. 32 Prozent. Nee, das ist mir zu wenig. Jungs, ich habe eine ganz gute Idee. Wir können die Burg, also die... Soll ich mit dem Mauspad für 22 Euro kaufen, Jungs? Ja oder nein? Schreibt sie in die Kommentare. Jetzt. Jetzt, sofort. Du kannst mir eins für mich kaufen. Das ist schon 60 Prozent reserviert. 60 Prozent schon weg. Mach ich es oder mach ich es nicht? Ich mache es. Ich habe ein Angebot in den Erbsen. Ich habe es, Jungs. Es ist drin. Wow. Mauspad. 22 Euro. Respekt. Hast du mal die Größe angeschaut? Nicht, dass es irgendwie ein 5-Meter-Mauspad ist oder so. Stimmt, ich brauche eigentlich auch ein neues Mauspad. Verlangen. Ich eigentlich auch. Send den Link. Send den Link, schnell. Nein. Du sagst. 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Habe ich mir das jetzt gekauft oder nicht? Oh Gott. Alter. Jungs. Ich bin gerade verwirrt. Ja, das sind meine Gummibärchen. Drei Kilo Gummibärchen, alter. Schön, dass ihr beide gegenüber AFK steht und ich arbeiten darf. Ja, komm. Maxl, ich bräuchte deinen Cleanstone hier zum Einsetzen und so. Ach. Man muss Geld immer fließen lassen, dann kommt es auch immer wieder rein. Das ist auch mein... Vielleicht merkt es meine Mom nicht. Okay, nein. Das zahle ich schon selber. Oh, das sieht schon nice aus, was auch immer du da machen willst. Äh, Hauptsache Maxl, du setzt jetzt mal hier dein Dingens. Was muss ich machen, Olli? Äh, am besten nichts kaputt machen. Nichts kaputt machen, das kriege ich vielleicht gerade so hin. Vielleicht gerade so, ja. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich warte, dann hab ich hier die. Eins, zwei, drei, vier, die und da. Ja, Maxl, ich brauch deinen Cleanstone jetzt, verdammt! Wo bist denn du? Ja, direkt neben dir. Du stehst immer noch AFK. Ja, du sollst es selber machen. Ich hab' ein geiles Gaming-Mousepad. 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 Super. Wisst ihr, was ich jetzt schnell google? Du was. Ob das mit dem Ding geht, mit dem NPCs in selbstgebauten Dörfern spawnen lassen. Was macht ihr mit? Nein.